Es ist wieder Dienstag, Punkt 15 Uhr, wir sind wieder online. Ja, ein neues Video ist hier auf BUMO TV für euch wieder am Start. Denn ihr wisst ja, jeden Dienstag, Punkt 15 Uhr, geht eine neue Folge Hörspiel-Fan, euer Hörspiel-Magazin rund um aktuelle und klassische Hörspiele an den Start. Und ich stand heute Morgen vor meinem Hörspiel-Regal und habe mir so gedacht, welches Hörspiel kann ich euch heute präsentieren? Dann war eins im Angebot und habe gesagt, soll ich vielleicht mal eine Folge von She-Ra reviewen? Sag ich, nee, She-Ra, das hatten wir ja vor einiger Zeit schon mal, da haben wir die komplette Serie vorgestellt. Dann fiel mir dieser geile Hörspiel-Koffer, der Masters of the Universe in den Händen. Den habe ich euch ja schon mal ausgiebig reviewt bei Fender-Sammler-Magazin. Könnt ihr auf meinem Kanal hier auf YouTube hier nochmal reinschauen. Den Link kann ich auch mal unten in die Infobox mal reinhauen. Dann habe ich den Koffer aufgemacht und habe gedacht, wir haben letztes Mal mit der Folge 23 die Zauberrüstung aufgehört. Dann machen wir einfach locker weiter mit den Masters und machen heute die Folge 24. Und zwar heißt diese Folge Skeletors Meisterplan. Ja, in dem Hörspiel von 1987 von dem Hörspiellabel Europa geht es darum, dass Skeletor in Snake Mountain an einer neuen Maschine bastelt. Mit dieser kann er die Zeit durchdringen. Beastman, sein dummer Knecht, ist bei ihm. Und Skeletor erzählt, dass er die Tochter von Man-E-Faces, ja, hier, Man-E-Faces ist er, der Mann, ja, oder Maschine, Kreatur mit den drei Gesichtern. Kann ich mal zeigen hier, guck mal da. Ja, einmal Mensch, dann ist er Monster. Boah, und dann ist er ein Roboter, ja. Also Man-E-Faces mit den drei Gesichtern. Und Skeletor erinnert Beastman da dran, dass Man-E-Faces, also der besagte Mensch mit den drei Gesichtern, auf der Suche nach seiner verschollenen Tochter ist. Dabei schwärmt Skeletor eigentlich von dieser Tochter. Sie wäre die hübsche, hübscheste von Eternia nach Tila. Ja, so viel Erotik, ja, habe ich bei den Masters of the Universe bisher noch gar nicht so verspürt in den Hörspielen. Ja, während Skeletor in Snake Mountain an dieser teuflischen neuen Maschine arbeitet, ja, ahnt man in Eternis noch gar nichts von diesem Vorhaben. Prinz Adam, Orko und Cringer sind im königlichen Garten und plötzlich taucht eine neue Trollanerin auf. Sie heißt Ivar. Ja, Orko möchte Ivar natürlich auch ein bisschen imponieren und möchte ihr eine schöne Blume zaubern. Aber man weiß ja, wenn Orko zaubert, es kann nur daneben gehen. Und es tut es auch. Plötzlich ist statt einer schönen Blume eine fleischfressende Pflanze am Start und greift sich Ivar und Orko. Ja, Prinz Adam macht das einzig Wahre. Er verwandelt sich in He-Man und befreit die beiden. Ja, Ivar ist plötzlich weg und da taucht auch Soa auf. Soa fordert die Giganten des Universums, also He-Man. Ja, auf dem Cover sieht man zwar diese Zauberrüstung von hinten. Ja, Moment, sieht man ja. Aber sie wird in diesem Hörspiel gar nicht erwähnt. Also egal, He-Man mit der neuen Zauberrüstung, die in dem Hörspiel nicht erwähnt worden ist. Man at Arms, Cringer und Man E-Faces müssen nach Castle Greyskull kommen. Das tun sie auch. Und anstatt des Geistes, der da auftaucht bei Castle Greyskull, taucht jetzt endlich die Sorceress auf. Diese Frau in Adlergestalt gibt ab sofort, ab Folge 24, die Hinweise für unsere Giganten, wie sie Eternia retten können. Ähm, mal nebenbei erwähnt, sie hat die gleiche Stimme, ja, wie der Geist. Ja, sie redet, hier ist sie jung, man kennt sie aus den Filmation-Cartoons. Hier redet sie auch mit dieser etwas älteren und reifen Stimme. Ich persönlich finde, passt mal null. Ja, sie erklärt den Giganten des Universums, dass seltsame Dinge in Castle Greyskull vor sich gehen. Es verschwinden einfach Sachen. Mal ist es ein Türknauf, mal ist es eine Burgzinne. Ja, sie verschwinden einfach. Und sie vermutet, dass das etwas mit der Wüste der Zeit zu tun hat. Dieser Zeittunnel, wo Man E-Faces nach Eternia gekommen ist, könnte der Schlüssel, ja, zur Erklärung sein. Also machen sich unsere Freunde auf zur Wüste der Zeit, um das Rätsel zu lösen. Und, ja, Orko enttarnt Ivar anschließend noch als Roboter von Skeletor. Ob He-Man und die Giganten des Universums, ja, Castle Greyskull samt Planeten Eternia retten können, erfahrt ihr in der Folge 24, Skeletors Meisterplan. Ja, die Folge 24 hatte zwei spannende Momente. Der eine Moment, da kämpft He-Man gegen diese fleischfressende Pflanze, um Orko und Ivar zu befreien. Die zweite ist, wo sie ankommen bei der Wüste der Zeit, der Kampf mit dem riesigen Monster. So, das waren die zwei actionreichen Hörspielsequenzen der Reihe. Ansonsten war das Hörspiel schon unterhaltsam, aber zeitweise auch mal wieder nicht logisch. So, zum einen, warum taucht die Trolanerin Ivar in der Folge auf? Warum schickt Skeletor diesen Roboter, ja, der getarnt ist als Trolaner, zu Orko hin? Warum macht er das? Man weiß nicht, warum H.G. Francis Orko von den anderen trennen sollte. Na ja, okay, da gab es ja wenigstens noch ein bisschen trolanische Erotik, nachdem Orko Ivar als Roboter enttarnt hat, auch wenn es unfreiwillig war, weil er aus Versehen ihr kleines Cape vom Körper riss. Ja, hoho, Erotik. Der zweite erotische Moment bei diesem Hörspiel war es, wie ich euch schon sagte, das Skeletor vor Beastmen von der Tochter Man-E-Faces. Ja, also diesem Monster, ja, diesem guten Monster, ja, schwärmte als schönstes Vibe von Eternia. Und dann kam ja auch noch, neben Tila, so war es ungefähr der Wortlaut, ja, da kam wirklich Erotik auf. Und wir Hörer erfahren wieder mal ein wenig mehr über die Tochter von Man-E-Faces. Denn in der Folge 15, die lachende Brücke, setzte ja damals He-Man an mit den Worten, es begann in den Mystic Mountains. So, es begann in den Mystic Mountains. Dann lässt sich die Geschichte mal so weiterspinnen. Sehr wahrscheinlich wurde die Tochter dahin entführt. Und dann gab es bestimmt ein Zeitfeld, was sie denn in die Wüste der Zeit hinein entführte. Und gehen wir mal davon aus, dass Skeletor und Beastmen ihre Grabscher im Spiel hatten. Denn in dem Hörspiel, jetzt Folge 24, sagte ja er, Beastmen, das kam so rüber, aber sie kannten die Tochter ja schon. Also könnte diese Theorie wahr sein, dass damals Beastmen und Skeletor die Tochter entführt hatten. Ja, ansonsten war die Folge Mittelmaß. Das hat mich persönlich damals als Kind nicht so überzeugt. Ja, ich mochte mehr so die Hörspiele, wo mehr Action drin war. Und wie ich euch schon sagte, bis auf diese Action mit der fleischfressenden Pflanze und dem Monster war ja echt tote Hose in dem Hörspiel. Ja, also es gab bessere Hörspiele als dieses. Wir kommen aufs Cover zu sprechen und da sieht man, wie ich eben schon sagte, He-Man, Battle Armor He-Man mit dem Rücken zum Zuhörer. Und hier Man-E-Faces. Das Cover finde ich persönlich auch uhlala, naja, es könnte besser sein. Vor allen Dingen sieht man hier dieses kleine, ja dieses kleine Mini-Schwert hier. Das sieht überhaupt nicht bedrohlich aus, ja. Als wenn He-Man damit immer Eternia retten könnte. Also auf diesem Cover sieht es schon ein bisschen mickrig aus. Ja, der Sprecher-Cast ist mal wieder per excellent. Neben den Stammsprechern gibt es diesmal auch hier zum Beispiel die Tochter von Man-E-Faces. Diese Wort gesprochen von Kerstin Dräger. Kerstin Dräger ist eine ganz bekannte Schauspielerin und Hörspielsprecherin. Unter anderem hat sie gesprochen für Regina Regenbogen, TKKG und was weiß ich. Also eine sehr bekannte Hörspielsprecherin. Dann haben wir hier noch Gisela Trove als Zauberin. Was ich eben schon sagte ist, Gisela Trove war als Geist von Castle Greyskull, finde ich richtig geil, ja. Aber die Stimme von Gisela Trove passt persönlich nicht hier zur Sorceress, ja. Wie man sieht, ja man kennt es auch aus den Filmation-Cartoons, es ist eine etwas jüngere Dame, ja. Er ist nicht so ganz jung, aber die Stimme passt denn irgendwo für meine Fantasie halt nicht zusammen mit dieser Figur. Denn die Trollanerin, diese, ja, diese Robot-Trollanerin Iva wird gesprochen von Marita Fliege. Marita Fliege hat unter anderem auch Hörspiele gesprochen für TKKG. Dann hat sie in acht Folgen von zehn bei She-Ra Princess of Power hat sie mitgesprochen. Und zwar hat sie gesprochen die Glimmer. Und Man-E-Faces hat gesprochen Dieter Ohlendieck. Und Dieter Ohlendieck hat in der Folge 23, hat er den Stink-Ohr gesprochen. Ja, so geht das bei Europa. Beim letzten Mal ein Bösewicht, im nächsten Hörspiel schon einer von den Guten. Jo, und dann haben wir noch, klar, hat hier das Buch H.G. Franzis geschrieben. Unsere Märchenkaiserin Heike Diene-Kürting, natürlich hat sie Regie geführt. Und dann kommt's, Musik und Effekte, Phil Moos. Und da fragt man sich manchmal, wer ist Phil Moos? Ja, man kennt Famos, aber wer ist Phil Moos? Da habe ich mal ein bisschen nachrecherchiert. Da habe ich Folgendes gefunden. Phil Moos schrieb eine Vielzahl von Stücken, die in Hörspielen der Produktreihe Europa, wie zum Beispiel die drei Fragezeichen TKKG, Hallo Tom, hier Locke und vielen anderen Hörspielen Verwendung fanden. Bei diesem Namen handelt es sich um das von 1982 bis 1986 bei sämtlichen Europa-Hörspielen verwendete Folgen-Pseudonym zu Bert Brack. Ab ca. 1983 wurde ausschließlich das Pseudonym Phil Moos verwendet. Phil Moos ersetzte hiermit die Vorgänger-Pseudonyme Bert Brack und Betty George komplett. Aber im Endeffekt weiß man auch nicht mehr, wer nun richtig Phil Moos ist. Wer da wirklich hinter steckt, oder wisst ihr das? Dann postet mir einfach mal unten in die Kommentare. Ja, und die Musik ist ja weiterhin legendär und kultig. Ja, jeder, der die Musiken von den Hörspielen von den He-Man and the Masters of the Universe kennt und sich andere Produktionen von Europa anhört, ja, dem wird auffallen, dass die Musiken bis heute noch in diversen Hörspielen von Europa weiterhin stattfinden und stattgefunden haben. Ja, damit beschließen wir die heutige Ausgabe von Hörspiel-Fan mit Many Faces, einer wirklich sehr schönen Figur mit einem tollen Gimmick. Damit war ich Star damals auf unserem Schulhof. Ja, den habe ich immer mitgenommen und dann haben wir mit unseren He-Man-Figuren, haben wir denn in der Pause, haben wir uns beschäftigt und haben manche Sachen aus den Hörspielen nachgestellt. Kennt ihr sowas auch? Dann postet mir in den Kommentarleisten rein, wo ihr mit He-Man gespielt habt. Außer zu Hause natürlich. Ja, bis zum nächsten Mal wünsche ich euch eine schöne Woche. Bleibt unserem Kanal BumoTV treu. Bis zum nächsten Video sage ich euch, bleibt weiterhin hörsinnig. Tschüss!